hi leute ich bin es wieder euer dominik und wie ihr schon seht bin ich heute mal nicht zu hause in stuttgart oder in irgendeinem scheiß hallenbad sondern ich bin hier in schönen kroatien und zwar heute genauer gesagt auf bratsch wohl und genießt bisschen mein urlaub und aber nicht nur ich habe hier freude sondern ich kann euch auch richtig geile neuigkeiten verkünden und zwar haben wir es endlich geschafft wir haben zusammen mit euch die 30.000 abonnenten auf youtube geknackt dafür an euch alle ein fettes dankeschön das wäre niemals ohne euch so schnell gegangen ja wir sind jetzt seit etwas über vier jahre hier bei youtube am start wir haben damals angefangen mit dem kleinen projekt 100 harte tage damals für wuppertal für die deutsche kurzen meisterschaft und wo stehen wir jetzt wir haben mehrere hundert videos gemacht wir haben mittlerweile weltmeister europameister deutsche meister unter anderem wie marco koch jenny mensing riva voss und so weiter robin backhaus mit am start gehabt internationale sportler und wir haben zuletzt erst das neue projekt schwimmtrainer de gelaunch zusammen mit dirk lang ist an der frau ivana und dem sohn alex unter anderem und auch da werden ganz ganz viele spannende neue videos auf euch zukommen und warten und wie gesagt ohne euch alle wäre das nicht so schnell gegangen oder wären wir jetzt nicht bei 30.000 das ist schon eine ziemlich geile zahl und deshalb wollen wir euch ein bisschen was zurückgeben und zwar ja 30.000 deshalb für euch 30 pakete die wir verlosen mit unserem partner adidas zusammen wir verlosen 30 pakete ein paar kleinere ein paar größere und als kleines sahnehäubchen on top legen wir noch drei campplätze für ein eintagescamp eurer wahl obendrauf die campplätze werden wir halt zufällig zu paketen hinzufügen und alles weitere wie lange das gewinnspiel dauert alle teilnahmeinfos steht in der video beschreibung was müsst ihr machen einfach unter dieses video bei youtube kommentieren wieso ihr eins dieser pakete haben wollt oder haben solltet das war es von mir ich bedanke mich noch mal im namen vom ganzen swim performance team und schwimmtrainer de team für eure unterstützung über die gesamten jahre hinweg bleibt dabei ich hoffe euch gefallen die videos gebt immer schön feedback wie es bisher gemacht habt und dann werden wir noch eine weitere coole zeit haben ich genieße es mein urlaub macht's gut bis bald hier aus kroatien ciao